Hey Skatfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Skatgeschichte und die hat es natürlich mal wieder in sich, denn vor ein paar Tagen rief mich Eddy Senat- Siverovic, der erfolgreichste Skatspieler aller Zeiten an und die Geschichte startet er etwa so, Daniel, diese Eröffnung habe ich in meiner gesamten Skatkarriere so auch noch nie gesehen und wenn Eddy mit seiner Erfahrung und seinen Trainingsstunden diese Verteilung noch nie gesehen hat, dann ist es definitiv etwas Ungewöhnliches und deswegen sollten wir da auch mal reinschauen, gehen wir direkt rüber, das ist seine Hand, die er in Hinterflosse bei einem 36er Skat-Turnier auf der Euroskat-Insel bekommen hat. Erste Frage natürlich, ja, was drücken wir, was spielen wir? Schaut es euch mal ruhig ein bisschen an, wägt mal ab, es gibt denke ich ein paar gute Nachrichten, ein paar schlechte Nachrichten, also es war keine Reizung, die beiden alten sind natürlich schön, zwei Asse mit einer passenden 10 ist schön, ein bisschen bedauerlich eben, dass hier so diese zwei Zwillinge mit dem König sind, man weder den Sechstrümpfer rausgebastelt bekommt, noch einen vernünftigen Fünftrümpfer mit zwei Seiten lassen. Also, was spielt ihr? Ja, gibt viele Möglichkeiten, man kann sogar irgendwie einen Viertrümpfer spielen, kann einen Fünftrümpfer spielen, da kann man entweder eine Farbe drücken oder die beiden Könige, aber wer macht es wie Eddy und hat acht Augen gedrückt zum Rang und ist das jetzt eigentlich ein übertriebenes Risiko oder ist das eigentlich super vernünftig? Also, ich denke auf die kurze Distanz spricht schon einiges dafür und in Hinterhand diese acht Augen zu drücken, ist eigentlich auch listig, meistens geht der schon irgendwie durch. Klar, es können auch mal beide Bauern zusammensitzen, Kreuz 10 im Abstich, aber selbst dann hat man möglicherweise hinten raus noch eine Chance auf die Karo 10 zu schnippeln. Und jetzt passiert aber folgendes und das war sicher nicht im Sinne des Alleinspielers im ersten Stich. Herz Ass kommt auf den Tisch, soweit so klar, aber dann geht da auch gleich die 10 rein. Autsch, tut weh, wir müssen bedienen und können uns jetzt vorstellen, wäre geiler gewesen, entweder Herz König noch oben zu haben oder gleich Herz König und Lusche gedrückt zu haben. Beides wäre irgendwie ein bisschen cooler gewesen, aber das kann ja einfach mal passieren. Sowas ist ein Stück weit ja auch noch eingeplant, das muss so ein Spiel dann auch mal überleben, aber dann geht es weiter. Pik 10 und Pik Ass vom Spieler in Mittelhand und sind tatsächlich 42 Augen gefallen mit der Übergabe in Mittelhand im zweiten Stich. Ja, Leute, spielen die denn mit Glaskarten? Wir gehen danach noch mal in der zweiten Runde im Detail durch, was da passiert ist, deswegen, ich setze einfach mal kurz fort, was ist jetzt passiert? Wir sind jetzt sicher nicht mehr favorisiert irgendwie, ne? Pik Dame hinterher, völlig logisch, okay, eingestochen, eine andere Chance gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, Abwurf Karo 7. Jetzt kommt eigentlich die einzig gute Nachricht in der Partie, ja, die Buben fallen verteilt und dann auf Kreuz Ass über die Dörfer sehen wir, dass sogar Kreuz 4 zu 0 verteilt ist. Und na gut, ehrlicherweise, das wirkt jetzt im ersten Blick wie eine weitere schlechte Nachricht, aber eigentlich ist es jetzt schon eine gute Nachricht, beziehungsweise die wirklich gute Nachricht ist hier die Herzdame, weil die auch im Prinzip die komplette Karte verrät. Oder gibt es für euch noch irgendwelche Zweifel, irgendwelche Schwierigkeiten, die komplette Kartenverteilung euch vorzustellen? Ja, da der Herzkönig gedrückt ist, die Herz 10 weg ist, muss die Herzdame ja blank sein, mit anderen Worten bekannt sind, dass da noch sowieso die beiden fehlenden Pik luschen sitzen. Pik steht eben 4 zu 1, hier die 4 Pik, da war die blanke 10. Und wenn jetzt da weder Kreuz noch Herz noch ein Bauer über ist, dann müssen da also die letzten 3 Karos stehen. Also auch Karo steht 3 zu 1. Aber jetzt kommt der Endspurt, die Gegner haben immer noch 42 liegen, Kreuz 10, bedient und jetzt kommt der Abwurf der Pik lusche. Der Spieler hier möchte sich natürlich, sag ich jetzt mal, nicht den Karo König einstellen, indem er da sich kürzer wirft, also aus 10, König lusche. Und jetzt hat er leider folgendes Problem. Karo lusche kommt raus von Eddy, ganz easy der Unterzug, Karte komplett verteilt. Es ist gar kein Fehler, sondern es ist jetzt völlig logisch die einzige Möglichkeit und die Gegner können sich schon nicht mehr wehren. Klar, Kreuz König geht rein auf 56, aber jetzt kann der Spieler hier natürlich nicht mehr mit Karo fortsetzen, kann noch einen Pik-Zwischenzug machen. Abwurf kreuz lusche, Abwurf kreuz dame 59 und antreten bitte mit lusche, König gegen Ast dame. Eddy macht den Rest und gewinnt die Partie mit 61 Augen. Und ja, da kann man doch schon mal ins Grübeln kommen. Moment mal, wie ist das nur möglich? Also erstens, wie ist das möglich, dass die 42 Augen wirklich in den ersten Mal in Stichen spielen, aber warum haben sie jetzt den Sack nicht zugekriegt? Waren da wirklich krasse Fehler drin? Und dafür gehen wir jetzt in den zweiten Durchlauf. So, einmal willkommen zurück. Jetzt mit komplett offener Verteilung. Also, acht Augen sind gedrückt von Eddy. Die Gang wird nominiert. Vorhand schaut in diese schöne Karte und ja gut, beim Gang spielst du halt Asse. Das ist also jetzt kein super ungewöhnlicher Zug. Der ist plausibel, der ist nachvollziehbar. Jetzt das erste Pech für Eddy. Mittelhand hat die Zehn, Mittelhand hat genau nur zwei Herzen und entscheidet sich, Hey, da haue ich mal einen rein. Ich meine, das muss man nicht unbedingt machen. Er ist schließlich kreuzfrei. Er könnte auch die Dame legen. Also die meisten Skatspieler, die ich kenne, würden jetzt, denke ich mal, die Dame legen. Aber man kann sich auch so entscheiden und es sieht ja auch aus wie eine ausgesprochen glückliche Entscheidung. Sehr interessant an der Stelle. Es sieht ja aus, als ob sie die Gegenspieler auf den Kopf getroffen hätten. Wenn du das Spiel in die Analyse eingibst, siehst du aber, nach dieser Eröffnung gewinnt die Gegenpartei potenziell mit 68 Augen, wenn jetzt alles perfekt gespielt wird. Wenn aber direkt die Pik 10 oder sogar die Herzlusche rauskommt und sogar der Stich Herzlusche, Herzdame, dann kann die Gegenpartei sogar mit 69 Augen gewinnen. Ein Stück weit überraschend liegt daran, dass später eine Übergabe mit Herz weiter aufs Ass möglich bleibt, die jetzt eben nicht mehr möglich ist und damit das Karo-Endspiel anders aufgelöst werden kann. Interessanter kleiner Funfact, Herz-Ass 10, Lusche sieht auch natürlich entsprechend schlecht für einen Alleinspieler aus, war aber noch nicht mal die optimale Eröffnung. So, dann Pik 10, ja, das Ass und 10 sind weg, Ass und 10 gesehen von der Farbe gehen, jetzt mal eine Blanke, auch nachvollziehbar. Okay, mutig wieder hier, der Spieler in Mittelhand macht hier keine Kompromisse, geht rauf und auch da sieht man ja, hey, super Idee. Genau, der König gedrückt, die Lusche noch mitbedient, 42 für die Gegenpartei. Und jetzt häufen sich eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar kleine Unaufmerksamkeiten, die dann, sagen wir mal, Stich für Stich in die Siegnähe bringen und letztlich zum Sieg verhelfen. Und der erste ist sicher jetzt hier die Pik Dame. Klar, der Spieler denkt vielleicht jetzt mal aus der Lameng raus, Pik Dame, Pik König, Partner kann stechen, das wäre cool. Aber erstens mal, wo er jetzt schon 42 Augen gesehen hat, dass der Partner überhaupt noch einen Buben führt, ist ja schon, sagen wir mal, eine gewagte Hypothese. Er hat tatsächlich einen Buben, so ist es nicht. Aber wenn der noch einen Buben führt, hat Eddie dann auch wirklich noch den Pik König oben? Also was ist das bitte für ein Gang, wo ihm zwei Asse, zwei Zehner fallen und er jetzt noch die Luschenkönige in der Hand hält? Ehrlicherweise muss man sagen, wenn man da ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, ab dem Moment wird es eigentlich unplausibel. Deswegen präziser ist jetzt hier die Fortsetzung mit der Pik Lusche. Klar, wenn da jetzt ein Überstich wäre, aber dann ist das Spiel ohnehin Mause. Okay, also Pik Dame. So, gestochen, keine andere Option, blanke Abwurf, völlig in Ordnung. Buben fallen, kann keiner was dafür. So sitzt es nun und Kreuz Ass, Kreuz Lusche und ja, jetzt kommt das nächste Ding. Herz Dame. Es geht jetzt hier in dem Spiel ja offenbar schon nicht mehr so ganz um die Vollen. Die sind irgendwie so einigermaßen schon verteilt. Da ist alles an sich klar. Also in dieser Partie wird Eddie tatsächlich nur drei Volle bekommen. Das kann er nicht verhindern. Und umso entscheidender werden jetzt plötzlich diese Bilder. Und da war der Spieler eben schon ein bisschen großzügig oder unbedarft mit der Pik Dame. Und jetzt wirft er eben hier die Herz Dame ab. Okay, die ist blank. Aber der Alleinspieler hat definitiv ein Tempoproblem und sollte jetzt eben auch noch ganz viele Herzen haben. Also es wäre hier sicher Pfiffiger schon gewesen, dieses Bild nicht freiwillig aufzugeben. Mal davon abgesehen, dass es die komplette Karte natürlich auch verrät. Jetzt ist alles klar. Okay, auch dem Partner, aber auch dem Alleinspieler. Aber es fehlen eigentlich, es fehlen hier diese drei Augen. Und wenn vorher die Partie jetzt noch auf 55 Augen für die Gegenpartei stand, nach der Pik Dame steht sie jetzt nach der Herz Dame nur noch auf 62. Also mit anderen Worten, in diesem Moment ist die Endspielverteilung immer noch gewonnen, führt die Gegenpartei. Aber jetzt kommt quasi der letzte Fehler. Und das ist einer, der vielleicht noch von allen kleinen Unschärfen jetzt am wenigsten erkennbar aussieht. Der Spieler, der jetzt natürlich auch schon die blanke Karo Dusche gesehen hat, will hier einfach nicht den Karo König so leicht aufgeben und sich blank stellen. Und damit, um eigentlich jetzt ein Bild zu schützen, legt er hier jetzt eine Pik Lusche rein. Und damit hat er an sich dann das Schicksal besiegelt. Ab dem Moment steht das Spiel auf Sieg für den Alleinspieler, weil nach dem Unterzug mit Karo der Spieler hier eben den Karo König verliert und eben auch noch die Karo Dame. Das heißt, er kann jetzt noch das Spiel lösen, indem er entweder die Karo 9 oder eben sogar den Karo König abwirft. Der ist eben ohnehin eine totgeweihte Karte, aber dann hat er die keine andere Möglichkeit mehr, als einfach noch das Karo Ass zu ziehen. Und danach verliert er eben die Karo Dame. Das sind dann die drei Augen, die jetzt für 62 fehlen. Durch den Abwurf von Pik Lusche gibt es jetzt eben tatsächlich nur noch 17 Augen. 42 und 17. Das macht bekanntlich 59 und so ist es ausgegangen. Und ja, eigentlich erstaunlich, sowohl wie hart die Gegner am Anfang getroffen haben und mit wie wenigen kleinen Unschärfen plötzlich das Spiel von Wir verlieren mit 52, wir verlieren nur noch mit 55, wir verlieren nur noch mit 52 und am Ende wir gewinnen die Partie irgendwie überraschend und als Außenseiter mit 61 Augen. Ja, aber jetzt wollte ich euch natürlich noch fragen. Habt ihr ein Déjà-vu? Kommt euch das vielleicht schon mal irgendwie bekannt vor? Irgendwie was ähnliches? Ja, also ich leg jetzt nochmal einen zum Abschluss auf und zwar ist es hier das Skat-Rätsel Nummer 9. Glanz beim Kneipenskat auch eingereicht, damals von Eddy und das ging noch ein bisschen anders, aber hat doch irgendwie Parallelen, auf die ihr sicher gleich erkennen werdet. Auch hier, es war eine Kneipenskat-Runde, wo es jetzt um einen fetten, ja, ich glaube es ging um 100 Euro oder irgendwie sowas, vielleicht ging es auch noch um 100 Mark. Es ist schon lang, lang her. Die stand noch am Anfang seiner Karriere und er muss im letzten Spiel jetzt hier gewinnen, um diese Serie zu gewinnen. Das heißt, mit zwei Bauern, zwei Assen reizt er in Mittelhand und findet jetzt wirklich den Schrott im Quadrat. So, wir haben also, eigentlich ist das Blatt natürlich noch schwächer, es ist sowohl in Mittelhand, es gibt eine Gegenreizung, es ist nicht mal eine 10 dabei, aber wir sehen auch Parallelen. Zwei Bauern, zwei Asse und auch hier die beiden Bilder gedrückt und vor allen Dingen die Parallele, die mir eben direkt aufgefallen ist, denn das Spiel ging jetzt nicht nur von der Findung katastrophelos, sondern auch vom Verlauf. 21 im ersten, hinten ist Pik frei. 42 nach zwei Stichen, Kreuz 10 geschmiert und Herz Ass, Höchststrafe und dann kam auch hier das Bild in Pik. Der Einstich, hinterher konnte nicht überstechen und macht quasi den gleichen Fehler, den wir hier eben auch gesehen haben, wirft ein freistehendes Bild jetzt ab, den Herz König. Was erstens das entscheidende Bild ist oder eines der entscheidenden Bilder und zweitens, was die komplette Karte verrät eigentlich. Denn jetzt ist eigentlich schon klar, Vorhand, also pass auf, wir spielen jetzt nochmal einen weiter, danach ist die Karte dann durchdekliniert. Bauer wird natürlich auch gezogen, Bauern kommen und jetzt gibt es an sich nur noch eine unbekannte Karte bei Vorhand. Denn Vorhand hat offensichtlich noch den letzten Pik und er hat auch offenbar die vier Herzen. Das ist auch der Grund, warum er erst auf 30 gepasst hat. Also Vorhand steht auf Herz 7, 8, 9, 10 und hinterher hat das Ass geschmiert und gerade offenbar den König abgeworfen. Gut, theoretisch kann er noch die Herz 10 haben, aber praktisch eigentlich nicht. Weder ist die 30er Reizung dann plausibel und außerdem hätte er dann sicher einen anderen Abwurf eher präferiert. Also, hier war ja auch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und naja, frag mal 10.000 Skatspieler, da werden bis auf 10 wahrscheinlich alle sagen, ja gut, jetzt müssen wir Karo Ass ziehen und hoffen, dass die 10 blank ist. Aber das ist schon sehr unwahrscheinlich, obwohl hier natürlich noch eine unbekannte Karte ist. Aber ob wir auf diese Chance wetten müssen, das können wir noch überprüfen, indem wir das Kreuz Ass ziehen. Und dann gibt es nämlich eine Verteilung, für die das genau das Richtige ist. Und zwar, wenn die 10. Karte hier vorne ein blank stehendes Kreuzbild ist und genau so war es. Es kommt die Kreuzdame und damit ist jetzt widerlegt, dass die Karo 10 überhaupt blank stehen kann. Im Gegenteil, es ist wieder die Parallele zu unserer Partie eben. Die nächste Farbe steht halt auch komplett einseitig. Also links hat alle Karos, aber jetzt kommt eben hier der Clou Ausspiel mit der Kreuz 7. Es geht dann immer darum, einmal irgendwie vom Stich wegzukommen. Es fallen wieder wie die 14 Augen, die wir eben auch gesehen hatten, wieder auf 56. Und jetzt haben wir hier natürlich noch die kleine Extraschwierigkeit, weil hier gleich noch die 3 Karos kommen, muss jetzt die Karo Dame abgeworfen werden. Also hier das kleine Opfer, auch die Dame verbrennt das letzte Bild auf 59. Und mehr können sie nicht kriegen. Es sind keine Bilder mehr drin. Mittelhand kann das nicht mehr andicken und deswegen geht die Karo Lusche einmal unter. Und im Endspiel geht es mit dem Karo König und der Karo 10 auch auf 61. Also klar, es ist nicht ganz das Gleiche, aber es hat doch erstaunliche Parallelen. Die Partie hier aus dem Rätsel von vor über 20 Jahren war an sich noch ein bisschen schwerer zu spielen.